herzlich willkommen heute zu furchtlöscher es gibt so bestimmte berufssparten über die man sich regelmäßig lustig macht das sind auf der einen seite die beamten denen immer irgendwie faulheit unterstellt wird lehrern denen immer unterstellt wird die machen nur urlaub oder verkäufern denen immer angedichtet wird dass sie mit haken und ösen kämpfen rechts und links anwälte und so weiter jede berufsgruppe hat er so irgendwie ihre blöden sprüche über die sie irgendwie herrschen müssen ja es gibt tatsächlich überall auch schwarze schafe deshalb sind bestimmte witze vielleicht auch angebracht ich habe einen gefunden wo ich dachte ja den würde ich euch gerne erzählen ein verkäufer er ist immobilienmakler er soll grundstücke verkaufen und tatsächlich er hat sein erstes grundstück verkauft aber der bis der neue eigentümer stellt fest dass der untergrund komplett vom grundwasser unterspült wird also beschwert er sich und will das grundstück zurückgeben der verkäufer die seinen junge immobilienmakler ruft bei seinem vorgesetzten an und sagt der käufer ist total wütend und unzufrieden soll ich ihm den kaufpreis zurück erstatten zurück erstatten sind sie verrückt geworden brüllt der chef ins telefon gehen sie gefälligst zu dem kunden zurück und verkaufen sie ihm zusätzlich ein hausboot ich dachte er genau so typisch typisch vertreter typisch verkäufer warum erzähle ich euch das weil jesus ist auch in einer solchen verkaufs situation er soll seinen jüngeren nachfolge verkaufen und er weiß das ist eigentlich eine wirklich harte herausforderung und man kann nicht die nur die besten seiten darstellen sondern muss ehrlicherweise sagen wow da gibt es auch richtig harte phasen und ich habe gedacht mal gucken wie jesus diese diese situation löst wie er dieses angebot an seine leute macht und wir lesen das in lukas 9 die verse 23 und 24 danach wandte sich jesus an alle und sagte wer mein jünger sein will darf nicht mehr sich selbst in den mittelpunkt stellen sondern muss ein kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen denn wer sich an sein leben klammert der wird es verlieren wer sein leben für mich aufgibt der wird es für immer gewinnen und ich las das und dachte jesus was für eine jobbeschreibung ob du das gut verkauft hast jesus nachfolge bedeutet ein preis zu bezahlen im jahre 1536 lud der reformer reformer william farell johannes calvin ein nach gemf zu kommen um dort das pastorat an der st peter kirche zu übernehmen calvin war sein leben lang eigentlich ein kränkelnder mann und er war auf dem weg nach straßburg um dort zu studieren aber er verwarf seine pläne und kam tatsächlich nach gemf zwei jahre später verbanden ihn die stadtväter aus gemf er fühlte sich mega betrogen richtig gekränkt aber noch mehr rührte ihn die not der menschen die jetzt ohne hirten war drei jahre später baten ihn dieselben stadtväter wiederzukommen weil das chaos in der stadt zur überhand genommen hatte und man ihn bat mit dem moralischen verfall aufzuräumen aber calvin wollte kein zweites mal zurück denn ich weiß hier darf ich nicht mein eigener herr sein so schrieb er zurück und dann ganz zum schluss schrieb er aber ich opfere mein leben für meinen herrn und das wurde sein lebens motto sein wappen eine hand die ein herz hält darunter die worte sofort und hingabe und ich dachte das ist tatsächlich was uns ausmacht jesus ruft uns in jüngerschaft und er ruft uns in dieses hey wem dienst du und von wem beziehst du deine kraft jesus war aus dem unbekannten dasein in nazareth ins rampenlicht gekommen in wenigen monaten kannte ihn ganz israel die neuigkeiten über seine heilung über seine wunder verbreiteten sich wie ein lauffeuer menschen massen wurden angezogen seine anhänger schar wuchs das lang ersehnte königreich auf erden schien zum greifen nahe zu sein und dann schlug die stimmung um das blatt begann sich zu wenden widerstand regte sich die massen wurden kleiner die zahl der jünger reduzierte sich die herrschaft der jünger der römer schien viel viel realer als ein imaginäres reich gottes und in dieser phase entschloss jesus sich nach jerusalem zu gehen den weg des kreuzes der kreuzigung zu gehen und wir würden am liebsten sagen jesus das ist die völlig falsche richtung die den großen rückhalt hast du darauf dem land in der großen stadt da sitzen die pharisäer da haben sie ihre bollwerke da werden sie dich niedermachen doch jesus wusste er muss seinen auftrag erfüllen und der bestand darin in das machtzentrum zu gehen in jerusalem zu sein die verheißung des vaters zu erfüllen und tatsächlich erfolgte seiner bestimmung trotz widerstand er wusste wer er war er kannte seinen auftrag aber er wusste auch dass gott mit ihm war deshalb fürchte er sich nicht und änderte letztlich mit seiner auferstehung die gesamte weltgeschichte leute gott hat uns auch berufen und ja es ist kein getürktes verkäuferangebot nein jesus redet mit uns die wahrheit und er sagt wer mir nachfolgen will der muss sein altes selbst verleugnen das kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen und aus meiner kraft leben und der herr lädt dich heute ein hey komm neu in meinen in meine mannschaft fürchte dich nicht sondern macht dir klar wer ich bin und wer ich in dir bin und dass niemand dich aus meiner hand reißen kann sei gesegnet heute vielen dank dass du uns zugesehen hast wenn du mit dieser art von predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest dann würden wir uns freuen wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per überweisung helfen könntest vielen dank wenn du zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020